Servus, liebe Freunde der gepflegten Warthand-Unterhaltung, ich bin Raimund, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den KF41 Lynx, ins Spiel reingekommen mit dem Update Sons of Attila. Es ist das Top-Tier-Fahrzeug bei den Ungarn, Schrägstrich bei den Italienern. Die Ungarn sind ja bei den Italienern mit integriert. Battle-Rating 10.7 im RB. Und wie ihr es schon im Titel lesen konntet, für mich persönlich ist der KF41 die größte Enttäuschung dieses Updates. Das hat mehrere Gründe. Ich bin den KF41 vergangene Woche relativ lange im Stream auf Twitch gefahren. Das könnt ihr euch auch gerne nochmal im Watt entsprechend angucken. Einfach twitch.tv slash rayboon. Da sind ein paar Runden mit dabei, die ihr euch dann noch angucken könnt. Ich habe euch jetzt hier keine ganze Runde, so wie ich das eigentlich sonst immer mache, beziehungsweise mehrere Runden mitgebracht. Ich möchte das ganze Thema hier ein bisschen anders aufziehen. Ich möchte einfach euch nur zwei, drei Szenen zeigen, die halt wirklich einfach zeigen, dass der KF41, so wie wir ihn jetzt so im Spiel haben, einfach eigentlich nicht zu gebrauchen ist. Wenn er jetzt bei den Deutschen noch in den Baum mit reingekommen wäre, dann hätte ihm das auch nicht wirklich was genutzt. Ich fange jetzt gleich hier erstmal an, bevor wir in die Szenen reinkommen, die ich euch zeigen möchte. Und zwar angefangen das Ganze beim APS, beim Active Protection System, was ja hier mit untergebracht ist. Das sieht man jetzt hier nur leider in der Modulansicht entsprechend nicht. Wir hatten alle gehofft, dass es die stärkste Ausführung des APS sein wird. Sprich also, dass hier auch APFSDS-Granaten abgefangen werden können, beziehungsweise KE-Geschosse abgefangen werden können. Das hat Gaijin aber aufgelöst. Insofern hier nur ein, ich sag mal, halber negativer Punkt, weil die Ungarn wohl nur die Softkill-Variante davon bestellt haben. Im Sinne von, das Ding ist zwar aktiv, aber es hilft wohl nur gegen Heat-Geschosse, beziehungsweise ja gegen Heat-Sprengköpfe. Ich habe es jetzt allerdings in den Runden so weit jetzt noch nicht erlebt, dass das APS auch nur einmal ausgelöst hätte und mir somit irgendwie bei einer Heat irgendwie den Hintern gerettet hätte. Habe ich selber jetzt noch nicht so erlebt, insofern das APS eigentlich nicht so wirklich brauchbar. Der nächste Punkt ist, dass leider nur, leider muss man hier sagen, leider nur zwei Spike-Raketen mit dabei sind. Ich sage mal so, das hätte man ein bisschen noch aufpumpen können. Wir haben ja hier, wenn wir in den Innenraum reingucken, eigentlich ist der Innenraum hier hinten ja für Infanterie quasi reserviert. Da sind ja, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht gerade ganz sicher, ich glaube standardmäßig sechs Infanterieplätze halt eben mit drin. Da uns die aber für das Spiel sowieso nichts nutzen, hätte man sich jetzt auch dazu entscheiden und sagen können, okay komm, wir geben dem Kf-41 dann halt eben auch noch entsprechend ein paar mehr Spike-Raketen. Ich habe irgendwann mal irgendwo gelesen, ich habe nur leider die Quelle nicht mehr gefunden, insofern müssen wir es hier jetzt als nicht geproofed, also nicht nachgewiesen betrachten. Ich meine aber mal irgendwo gelesen zu haben, dass der Kf-41 eigentlich in Gänze noch sechs Ersatz-Raketen, Ersatz-Spike-Raketen tragen kann. Aber unabhängig jetzt davon, fürs Spiel hätte es ihm gut getan, weil wir eben keine Infanterie haben. So haben wir nur zwei und sind wir ehrlich, die Spike-Raketen im Spiel sind halt eben eher so semi-gut. Warum? Weil man eben auch die gesamte Silhouette des Feinfahrzeugs sehen muss, beziehungsweise auf jeden Fall so viel vom Fahrzeug sehen muss, dass das Zielsystem der Spike die Motorabgase halt eben anvisieren kann, um dann die Rakete halt eben abfeuern zu können. Trotzdem funktioniert die Spike-Rakete eher schlecht als recht, dazu habe ich euch hier aus einer Runde mal diese Szene hier mitgebracht. Hier sind wir mitten in der Szene drin und wir fahren hier auf den Gegner zu, ein T-80U, der steht hier. Wir visieren ihn mit der Spike an und ich halte hier mal an, ja, die Rakete, wenn ihr mal auf die Abschusskamera schaut, die Rakete schlägt direkt hier oben ein, ja, also sowieso, dass sie eigentlich schon mal von oben kommen sollte, schlägt sie halt eben hier direkt ein und beschädigt das Fahrzeug nun mal so überhaupt gar nicht mehr, ja. Also, selbst, weil, selbst, dass hier die Ära Zusatzpanzerung ist, ja, die Ära Reaktivpanzerung, es ist halt einfach an der Stelle wirklich ein Witz, ihr seht das, ihm ist noch nicht mal die Kette gerissen, alles, was hier kaputt gegangen ist, ähm, sind die Winkelspiegel des Fahrers, ansonsten, ähm, ist an diesem Fahrzeug überhaupt nichts kaputt gegangen, ja. Weder, es ist ihm auch nicht mal die Kette gerissen, ich hab's gerade schon kurz gesagt, also, das hier sagt tatsächlich extrem alles auch darüber aus, wie die Spike funktioniert, beziehungsweise wie die Spike auch entsprechend nicht funktioniert. So, das ist neben dem nicht so wirklich gut funktionierenden APS der nächste Punkt mit den Spike-Raketen und wir kommen auch gleich dann jetzt, äh, wiederum zum nächsten Punkt, nämlich die Munition der 30-Millimeter-Kanone. Wir haben die 30-Millimeter-Kanone ja so schon im Spiel, nämlich auch nochmal beim Puma. Der Lynx ist ja ausstattbar sowohl mit der 30-Millimeter als auch mit einer 35-Millimeter und dann ist, glaube ich, das nächste eine 120-Millimeter-Kanone. Er hat auch, genau wie der Puma, die gleichen Munitionssorten, wir haben also hier, ähm, als APFSDS die PMC-287, hat genau die gleichen Werte wie beim Puma, 1.405 Meter pro Sekunde schnell, ähm, auf 100 Meter bei 0 Grad Aufschlagswinkel, 119 Millimeter, ähm, Durchschlag. Am Anfang, ihr erinnert euch vielleicht noch, als der Puma ins Spiel reinkam, hat der Puma auch mit alles zerrissen. Man muss ganz ehrlich sagen, bevor er halt eben genervt wurde und da muss man halt eben auch ganz ehrlich sagen, die Munition ist jetzt so kaputt genervt worden, dass ihr neben der eher schlechten Pen-Leistung eigentlich das größere Problem habt, dass, ähm, der Post-Pen-Schaden eigentlich noch viel schlechter ist. Und auch hier habe ich euch eine Szene mitgebracht, gerade wenn wir halt hier mal von der Seite uns das Ganze entsprechend anschauen, dass halt eben selbst, wenn ihr mit der Munition dauerhaft auf die Seite eines russischen Panzers, es wird gleich ein T80 BVM sein, der ja an der Seite die Zusatzpanzerung hat, aber trotzdem, wenn man da viel Munition eigentlich reinpumpt, dann muss da einfach erstmal was durchgehen. Aber wir schauen uns die Szene jetzt hier, übrigens aus der gleichen Runde, die ich euch eben gerade schon von der Spike gezeigt habe, ähm, auch entstanden. Schauen wir uns das Ganze jetzt erstmal an, dann seht ihr es. So, das hier ist jetzt Szene Nummer 1, bevor der T80 BVM kommt. Ihr seht hier links im Bereich den T80 U. So, ihr seht es hier, wir hacken hier ordentlich in seine Seite rein. Wir schaffen es auch noch, ihm ein bisschen oben reinzuschießen und es passiert gar nichts. Wir haben dafür zwar jetzt eine Abschusshilfe bekommen, aber eigentlich so nackt, wie er da neben uns stand, beziehungsweise quer vor uns, ähm, hätten wir ihm eigentlich direkt mal eine, ähm, reingeben müssen, dass er zerstört worden wäre. So, jetzt kommt hier besagter T80 BVM. Ähm, ihr wisst, ne, mit der Seitenpanzerung hier, und wir hacken hier fröhlich einmal drauf. Zumindest kriegen wir sein Getriebe. Ja, einfach mal schön im Ziel durchstreuen und ihr seht hier auch, die Zusatzpanzerungen werden rot, werden rot, werden rot, werden rot, werden rot. Aber keine der Zusatzpanzerungen geht irgendwie kaputt, sodass irgendwie hier der T80 BVM auch nur irgendwelche Anstalten macht, von der Seite irgendwie rausgenommen werden zu können. Zack, 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 da seht ihr es. Es bleibt alles hängen in der Zusatzpanzerung. So, er hat uns jetzt tatsächlich hier an der Stelle getroffen. Ja, wir haben ein bisschen Munition verloren. Wir brennen hier. Also auch das ein bisschen lucky für uns. Ihr habt es gerade eben gehört, Ziel ausgeschaltet. Er ist dann jetzt tatsächlich noch rausgegangen. Also entweder ist er ausgebrannt, oder aber, ähm, er hat sich gesprengt, weil er sich halt eben dachte, so anzufangen zu reparieren, brauche ich jetzt entsprechend auch nicht. Also habt ihr hier auch gesehen, ähm, die Munition von der Seite ist auch eher mal so semi-gut und, ähm, funktioniert irgendwie nicht wirklich gut. Zum Vergleich dazu habe ich euch auch noch, ähm, eine ähnliche Szene vom Puma mitgebracht. Einfach, dass man es nur mal entsprechend vergleichen kann. Da ist es zwar nicht ein T80 BVM gewesen, aber es war auch, glaube ich, ein T72 oder ein T80 U, werden wir gleich sehen. Und, ähm, da wird, finde ich, schon auch ein bisschen der Unterschied, ähm, deutlich, dass da der Puma dann doch ein bisschen besser funktioniert. Man mag es kaum glauben. So, auch hier sind wir in der Szene drin. Es ist ein T80 B, okay, kein T80 U, aber trotzdem. Und wir schauen hier jetzt mal entsprechend rein. Ich sehe ihn, ich visiere ihn an. Dahinter steht noch ein UM2. Den nehmen wir als erstes raus. Jetzt auf den T80 B. Ich weiß, ich streue hier jetzt ein bisschen im Ziel durch. Aber ihr seht auch hier von schräg hinten, ähm, auf diese Entfernung beide Ziele entsprechend rausgenommen mit wenigen Schüssen. Da war, ja, die Wirkung im Ziel schon deutlich besser, obwohl es eben genau die gleiche Munition ist, ja. Und wer hier an der Stelle jetzt sich noch so ein bisschen denkt, na, ja, komm, das war vielleicht ein bisschen Glück. Wir springen noch mal in die andere Runde rein. Und da zeige ich euch dann noch mal so eine ähnliche Szene, wie wir sie eben gerade jetzt hier mit dem T80, den wir als zweites rausgenommen haben hatten. So, hier sind wir wieder in der nächsten Szene drin. Es geht wieder um einen T80 BVM. Und wir lassen es einfach mal laufen. Und ihr seht hier, selbst von hinten, ja, auch hier habe ich es gerade mit einer Rakete versucht. Er schafft es noch, uns rauszunehmen. Wir haben es gerade mal geschafft, ihm seinen Motor zu ziehen. Die Rakete ist natürlich auch überhaupt nicht angekommen, die wir gerade verfeuert haben. Also, insofern, ja, diese Szene hier auch wieder so ein Ding, dass man halt eben sagen muss, okay, das funktioniert irgendwie hinten und vorne nicht. Also, ihr habt so ein paar Szenen jetzt gesehen und auch den Vergleich gehabt jetzt zu der einen Szene mit dem Puma. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass man irgendwie vielleicht denkt, ja, das war jetzt vielleicht einfach nur Pech. Aber grundsätzlich muss ich hier dazu sagen, ganz ehrlich, wenn ich schon so ein Fahrzeug bringe, dann muss es auch meiner Meinung nach schon auch entsprechend, ja, konkurrenzfähig sein. Und so gesehen ist es der KF-41 Lynx nicht. Und wenn ich jetzt an der Stelle nochmal auf das BR eingehe, dann rechtfertigt, finde ich, die Bewaffnung mit den zwei Spike-Raketen, das Battle-Rating von 10.7 absolut überhaupt gar nicht. Ich sehe den KF-41 Lynx eher auf einem Battle-Rating von 10.0. 10.3 würde ich mir auch noch gefallen lassen. Natürlich, und das muss man auch sagen, braucht man den KF-41 Lynx nicht wie einen normalen MBT zu spielen. Ja, auch hier wieder der Hinweis, ja, es ist ein Fahrzeug, dass man nicht in der ersten Reihe spielt, dass man aber durchaus aber schon auch in der einen oder anderen Situation aus der ersten Reihe spielen kann, sofern man halt eben auch die Gegner von der Seite erwischt. Aber selbst da seht ihr ja, gibt es enorme Probleme, sei es mit der Rakete oder eben auch mit, ja, dem Post-Pen-Schaden der Munition, die ja eigentlich nur Copy und Paste ist. Allerdings weiß ich nicht, ob Gaijin da vielleicht nicht doch irgendwie was noch dran gemacht hat. Das kann man jetzt nicht nachvollziehen. Ist aber prinzipiell jetzt erstmal egal. Es geht ja schlicht und ergreifend einfach nur darum, wie sich das Ding auf dem Gefechtsfeld entsprechend bewegt und wie man es nutzen kann. Und momentan ist es halt eben einfach so, der Nutzen ist nicht wirklich gegeben. Man könnte ihn ja schön auf Entfernung nutzen, wenn die Spike so funktionieren würde, wie sie funktionieren soll, tut sie aber nicht. Und selbst dann habt ihr nur zweimal die Möglichkeit, dann maximal zwei Ziele rauszunehmen und müsste dann halt eben wieder irgendwo nachladen, weil, ich sag mal so, die 30mm ist nun so überhaupt gar nicht zu gebrauchen. Ja, also, das muss ich ganz klar so sagen. Natürlich kann man mit der 30mm entsprechend Schaden machen. Ja, es gibt auch je nach Matchmaking eben Fahrzeuge, wo die 30mm halt eben auch wirkt, wo halt eben die Schüsse eben leichter durchgehen. Aber trotzdem muss man halt eben ganz klar sagen, die Munition funktioniert so überhaupt gar nicht beziehungsweise eher schlecht als recht. Jetzt nochmal, um auf das BR zurückzukommen. Also, ich würde ihn eher so da sehen, wo sich zum Beispiel der Dardo bewegt, wobei der Dardo hat ja auch nur TOW. Oder halt eben, wo sich eigentlich dann eher der Thresher bewegt, der ja auch die Spike-Munition hat, der übrigens acht davon hat. Er hat zwar nur eine 25mm Kanone, aber der Thresher macht eher mir so den Eindruck, dass er all in all deutlich besser funktioniert, als das beim KF-41 der Fall ist. Und ich sage jetzt mal, ein etwas höheres BR bei insgesamt acht Spike-Raketen und nur eine 25mm Kanone finde ich deutlich gerechtfertigter als 10-7 mit nur zwei Spike-Raketen und einer Kanone, die eigentlich so gar nicht funktioniert. Wenn wir mal hier bei der PMB 090 reingucken, die hat 90mm, ja, ist einen kleinen Ticken langsamer, also 20m pro Sekunde langsamer. Trotzdem aber durch die höhere Kadenz hat man schon das Gefühl, dass der Thresher zum Beispiel deutlich mehr Schaden austeilt, als das jetzt so ein KF-41 LYNX halt eben macht. Also auch hier sehe ich den LYNX eher im Bereich 10.0, maximal 10.3, weil das Schutzniveau ist jetzt auch nicht besser als jetzt zum Beispiel bei einem Puma und auch schon auch nicht bei einem Thresher. Gut, der Thresher hat nun überhaupt kein zusätzliches Schutzniveau, aber wenn wir es jetzt mal vergleichen, rechtfertigen diese zwei Spike-Raketen nicht die 0,7 BR-Punkte höhere Einstufung im Gegensatz zum Puma. Also deswegen muss ich hier ganz klar sagen, im direkten Vergleich ist der KF-41 LYNX meiner Meinung nach eine ziemliche Enttäuschung. Man kann nur hoffen, dass Gaijin da vielleicht noch ein bisschen nachrüstet, ein bisschen nachbessert, vielleicht auch wieder die Munition ein bisschen besser macht. Aber so wie er jetzt hier im Spiel steht, sage ich, ist er nur mäßig bis eigentlich gar nicht zu gebrauchen. Ja, als Unterstützungsfahrzeug, ja, im Team mit Sicherheit auch. Aber wenn ihr damit alleine unterwegs seid, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt nicht so wirklich Fan von dem Ding und sage, ich glaube nicht, dass der KF-41 so in seiner BR-Spanne vernünftig spielbar ist. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Haut es mal gerne unten in die Kommentare. Das war jetzt mal eine andere Machart von Video. Ich hoffe, auch das hat euch mal so gefallen. Einfach, um das mal ein bisschen mehr zusammenzufassen. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt auch gerne den Abo-Button durch. Ich freue mich nach wie vor bei jedem neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut. Euer Raibun. Wir sehen uns im nächsten Video.